jo leute was geht und willkommen zu dem video ja ich möchte euch in dem video eigentlich nur primär mitteilen das ist mir jetzt auch mit mir geholt habe denn ihr merkt es ist alles schon total viele youtuber haben auch mit mir das geholt nach dem es in youtube ja so seit relativ viel chaos gab sag ich mal dazu gleich ein bisschen was mehr und dazu haben dies eben hier mit mir geholt mit mir ist quasi zum youtube ersatz wo jetzt eben einige youtuber drauf zurückgreifen die mit youtube zeit nicht zufrieden sind ein kontakt war ja und hier also mit dem stopp von der monetarisierung mit dem videos die gesperrt werden und so weiter ich werde zum thema auch noch mal meine persönliche stellungnahme also in die fernmisch das betrifft werde ich die teile hochladen und einfach in laba video werde was alles in live stream vormachen muss einfach wissen die beiden aktuellen youtube kack rede und meinen senf dazu sagt quasi aber wie gesagt so und daraufhin haben einige youtuber die großen tanzer bohr tanzer bohr zimmer let's play ist es umschlossen ein widmerkons zu sessern und ich habe mich eben auch eingesetzt hat ist also game accounts und die findet mich wenn ihr oben im suchfeld ganz einfach game accounts eingeben suche geht dann findet die messer sind leise so und jetzt kommt ihr ins bild an ich brauche eure hilfe um 50 abonnenten auf widmer zu bekommen das wäre ganz ganz groß denn so weit ist 50 abonnenten auf widmer erreicht habe wird mein account kann ich da den berit verifizierungshaken anfordern wie kann ich also bei stürmen let's play zeigen ne der hat aber noch kein haken also man kann den theoretisch irgendwie anfordern diesen haken und dann heißt es jeden fall dass man quasi ich selbst ist es ist der originale game accounts bin und da braucht man eben nur 50 abonnenten das sollte relativ schnell aufwärts machbar sein aber vielleicht erst mal zu dem was ich auf widmer mache damit überhaupt einen grund hat mich zu abonnieren ne es wird zum einen exklusiv videos auf widmer bringen die ich sonst nirgends so bringe angefangen habe ich jetzt erstmal mit den gamescom vlogs die könnt ihr jetzt auch auf widmer sehen wenn ihr die sehen wollt aber es kommt noch mehr es kommt wie gesagt live streamen geht so viel ich weiß man wird man noch nicht keine ahnung ob dem so ist aber ich glaub das geht noch nicht und zwar sind live streams kommen nicht auf widmer aber meine normalen videos kommen zum teil auf widmer und eben exklusiv videos kommen auch auf widmer das ist doch denkst mal eine ganz coole sache also alberne war kommt ein exklusives video was nur auf widmer kommt und ja mich würde es immer freuen wenn ihr euch als meine community einen widmerkont erstellt und wie eben auf widmer folgen wurde das wäre ganz ganz groß denn wenn wir die 50 abonnenten erreicht haben gibt es auf widmer wie gesagt der verifizier button und das wäre schon richtig richtig nice denn wer es jetzt auf widmer ein account ist hat mit dem button der hat den grundstein gelegt dann widmer das ist ungefähr jetzt sowas wie es 2008 2009 wie youtube quasi in die welt gesetzt wurde und da die großen begangen begann die jetzt eben auch mit mir langsam größer zu werden bis jetzt waren dann nur englische amerikanische creators weil mit besser amerikanisch als kommen sie langsam auch so in die deutschen creators tanz verboten hat da ja jetzt redet schon vier minuten obwohl ich das eigentliche metall wollte das wird mir habe das wird auch nicht mehr länger gehen einfach damit es eben wisst auch ich habe jetzt mit mir sende und ihr könnt mir eben folgen ja das war es dann ein endeffekt schon von dem video wie gesagt wenn ich mir folgen wurde link ist in der beschreibung ansonstigen sehen wir uns so was auch immer es mache wieder morgen geht es auch übrigens ganz mal wieder weiter mit bei let's place wenn es vom urlaub zurück bin darauf konnte ich euch freuen das war es jetzt ansonstigen von dieser hier von ja jetzt hier macht's gut leute wir sehen uns morgen oder nächst wieder und ciao